Information zu L.E. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute 08.18 Uhr, direkt gegenüber. Ich wiederhole, L.E. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute 08.18 Uhr, direkt gegenüber. Information zu S.B. von Ansbach, weiter als S.B. nach Ansbach über Rostal, Anfang 10.43 Uhr, heute von L.E. 19. Ich wiederhole, S.B. nach Ansbach über Rostal, Anfang 10.43 Uhr, heute von L.E. 19. Information zu S.B. nach Ansbach über Rostal, Anfang 10.43 Uhr, heute von L.E. 19. Ich wiederhole, S.B. nach Ansbach über Rostal, Anfang 10.43 Uhr, heute von L.E. 19. Information zu R.E. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute von L.E. 18. Direkt gegenüber. Ich wiederhole, R.E. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute von L.E. 18. Direkt gegenüber. Information zu R.E. nach Stuttgart-Hauptbahnhof über Ansbach, Anfang 10.36 Uhr, fällt heute aus. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu R.E. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute von L.E. 19. S.B. nach S.B. von Ansbach, weiter als S.B. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.36 Uhr, heute von L.E. 18. Direkt gegenüber. S.B. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.43 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. S.B. nach Neustadt-Weidner über Neukirchen, Anfang 10.43 Uhr, heute von L.E. 19.